Hä, du bist immer noch wach? Mensch, jetzt geht doch mal ins Bett. Komm, wir können heute zusammen ins Bett gehen, okay? Komm, ich bin auch müde, du bist müde, lass einfach schlafen gehen. Ich würde sagen, wir legen uns einfach mal hin. Wir müssen eben auch das Licht ausmachen. Gute Nacht, schlaf schön. 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 Vielen Dank.